Hallo, mein Name ist Monika Donner und ich freue mich sehr, dir mir ein neues Buch vorstellen zu dürfen. Hier die Kurzfassung. Frei heute bedeutet, frei bist du heute schon. Dein inneres Weißes, deine Seele, dein inneres Kind. Ich spreche gern vom Tiger in uns. Und dieser Tiger hat sich irgendwann einmal ein Schafspelz umgehangen, aus Liebe oder Unterwürfigkeit, was auch immer. Davon profitieren gewisse Leute, darum soll es nicht gehen. Es geht hier nur darum, wie du deinen Schafspelz erkennen, ablegen kannst und dich daran erinnerst, dass du in Wahrheit der Tiger bist, dass du Kraft hast, dass du starkes Schöpfenpotenzial hast. Und es geht darum, wie du es zur Geltung bringen kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du mehr wissen willst, es gibt noch ein weiteres Video, wo die Details ein bisschen besser auf- oder ein bisschen länger aufgedröselt werden. Dabei wünsche ich dir viel Vergnügen. Alles Liebe! Vielen Dank!